Guten Tag, ich hätte gerne eine Fahrtarte. Was? Wo sind die Taxis? Ausgang 5, dort drüben. A-L-P-T-R-A-U-M Äh, Albtraum? Wollen Sie da wirklich übernachten? Ja! Was machst du denn hier? Kathi, wer ist das? Ich bin der Gerichtsvollzieher. Was? Ein Bulle? Ich wohne mit zwei Männern zusammen. Zwei Männer! So, ich bin fertig. Was suchen Sie denn da? Ich suche im Internet nach einer Freundin. Guck, guck. Ist das jemand? Äh, ich bin es, Natalia. Natalia, ähm... Du Lügner! Ich will dich nie wiedersehen! Ich bin einfach ein Verzager. Oh nein, das bist du nicht. Schokokekse? Kathi, Achtung! Achtung! Ach du Scheiße! Kien, er ist du! Kien, so jung! Was ist los mit ihr? Sie spricht nur Spanisch. Keine Sorge, das kann schon mal passieren. Kathi! Dr. Gogo ist da, um dich zu retten! Haha! Achtung! Da ist da irgendjemand! Oh, hallo! Na, was geht? Hallihallo, ist da jemand? Sie sind alle bescheuert. Hm, sogar frisch! Holen Sie mal das Bügeleisen! Huch, Gogo, du bist ja nackt! Der ist schwanger! Gogo, was hast du schon wieder angestellt? Nichts! Trimplates! Drei Teiler! Oh! Sind sie wahnsinnig? Ja, ein bisschen. Hartz IV bezahlt mein Bier. Das wird leider nicht jeder angenommen, der Bier trinkt. Ich glaube, wir müssen doch kuscheln, Bobby. Soll ich Ihnen vielleicht noch den Kuh abwischen? Schachmann. Loser. Möglicherweise ein riesengroßer Fehler. Wie kannst du meinem Kind Fehler nennen? Ganz ehrlich, du bist ja Fehler. Kathi! Kathi! Was? Hey, der Doppelrennweg! Hinterher! Oh, Schachmann. 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 Vielen Dank.